Also wir sind hier heute in Flensburg und Morten und ich werden gleich zum ersten Kampf der Geschlechter antreten zur Town Battle. Ich bin sehr gespannt wer gewinnen wird. Ja, ihr könnt tippen wer von uns beiden gewinnen wird und mit etwas Glück könnt ihr einen 25 Euro Gutschein von MediaMarkt gewinnen. Genau und das ist ganz einfach. Ihr geht einfach auf unseren YouTube Channel und kommentiert das Video von unserer Battle und schreibt einfach in den Kommentar auf wen ihr tippt wer gewinnen wird. Wenn ihr tippt, dass ich gewinne, was natürlich der Fall ist, schreibt ihr Diara und wenn ihr tippt, dass Morten gewinnt, was ja natürlich nicht der Fall ist, dann schreibt ihr Morten. Und alle die tippen nehmen automatisch an der Verlosung teil. Ja, gucken wir mal was unsere Aufgabe ist. Ich bin gespannt. Diara und Morten, nacheinander habt ihr jeweils sechs Minuten Zeit, um möglichst viele Facebook-Freundschaftsanfragen zu erhalten. Wer in dieser Zeit mehr Freundschaftsanfragen bekommt, gewinnt das Battle. Viel Erfolg. Oh Gott. Ja, dann würde ich mal sagen, du fängst an. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Mitmachen und gewinnen. Diara oder Morten? Wer findet mehr Facebook-Freunde? Schreibe deinen Tipp in die Kommentare und gewinne mit etwas Glück einen MediaMarkt Gutschein im Wert von 25 Euro. Wer das Battle und die Gutscheine gewinnt, erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe von Flanztown TV. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.